Ja, hallo und schönen guten Abend. Wir sind beim Geografischen Kolloquium, hatten heute Besuch, charmanten Besuch aus Innsbruck, die Anna Oberrauch, die wir ganz herzlich begrüßen. Und meine erste Frage, du hättest heute vorgetragen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Erstmal, wie du auf das Thema überhaupt gekommen bist, was dich daran besonders interessiert. Okay, wie bin ich dazu gekommen? Also, ich war gerade am Diplomarbeit schreiben im Bereich Fachdidaktik Biologie. Ich habe ja Biologie auf Lehren studiert und da hat mir eben der Lars Keller angesprochen und hat gesagt, er hätte ein Projekt für mich. Und zwar hat er seine Dissertation geschrieben über Lebensqualität im Alpenraum. Hat er versucht, ein Modell zu entwickeln, um das vergleichbar zu messen für alle Regionen im Alpenraum. Hat sein Modell überprüfen lassen mit Experteninterviews und hatte danach das Gefühl, dass er hier eigentlich einer zukünftigen Generation und was die eigentlich für Lebensqualität wichtig finden, vorbeigearbeitet hat. Entsprechend hat er einen Projektentwurf entwickelt, wo es darum ging, das Phänomen Lebensqualität mit Jugendlichen gemeinsam zu erforschen. Das heißt, die Wissenschaft gewinnt hier Erkenntnisse durch diesen Forschungsprozess, die sie ja nutzen können für zukünftige Modelle. Und gleichzeitig erfahren die Schülerinnen im Prinzip, setzen sich auseinander mit ihren eigenen Vorstellungen zum Thema Lebensqualität, zum guten Leben und reflektieren diese eben auch vom Hintergrund von nachhaltiger Entwicklung. Und dadurch entstand das Projekt und die Idee, das eben auch in diesem Kontext zu verorten. Seit wann hast du an diesem Projekt gearbeitet, an dem Thema? Das Projekt selber ging drei bis vier Jahre, wo wir im Prinzip mit den Schulklassen zusammengearbeitet haben, die Daten erhoben haben. Und dann, ja, dann sitzt man vor einem großen Datenberg und versucht dann als Wissenschaftler da Ordnung zu schaffen, was rauslesen zu können hinsichtlich der Fragestellungen, die einen interessieren, was in meinem Fall ja war, inwiefern beginnen Jugendliche hinsichtlich bestimmter Merkmale über Lebensqualität immer zu reflektieren oder was finden sie überhaupt relevant. Und das hat sich dann noch ein bisschen gezogen. Und das Thema lässt mich aber heute noch nicht los. Also die Dissertation, die ist jetzt schon seit der Weile im Kasten. Das ist alles abgeschlossen, aber ich merke, dass mir das in zukünftigen Projekten immer wieder einholt und weil ich die Thematik wichtig finde. Total spannendes Thema, sehr interessant. Wie bist du darauf gekommen, die Schüler und Schülerinnen auszuwählen, die Kontakte zu den Schulen? Wie konntest du das herstellen? Das war im Prinzip eigentlich durch den Projektrahmen schon ein bisschen vorgegeben. Es waren Schulen bereits vorausgewählt, eine Südtiroler Schule und eine Nortiroler Schule. Das waren Regionen, die in dieser Studie von Lars Keller mit sehr hoher Lebensqualität abgeschlossen haben. Und wir wollten eben das gemeinsam mit den Schülern ein bisschen überprüfen. Also aus beiden Regionen jeweils eine Schule, eine berufsbildende und eine allgemeinbildende Schule, mit denen wir dann zusammengearbeitet haben. Also gerade bei einer intensiven Zusammenarbeit kann man ja kein repräsentatives Sample wählen, weil im Prinzip jetzt nicht aus allen Bereichen nicht die Ressourcen dafür verfügbar sind, jetzt wirklich so intensive Zusammenarbeit zu gestalten. Ja, danke. Du meintest gerade, das Thema lässt dich auch heute nach Abschluss der Dissertation noch nicht los. Welche Ideen hast du, daran weiterzuarbeiten? Welche Projekte? Wie siehst du da deine eigene Zukunft? Und auch natürlich für das Thema, das weiterzuentwickeln. Ja, also zum einen hat ja der AHS-Lehrplan dieses Basiskonzept Lebensqualität und Nachhaltigkeit aufgegriffen, das mir natürlich in die Hände spielt und wo ich es relevant empfinde, wenn ich schon zu dem Thema gearbeitet habe, auch dafür weiter zu denken und Konzepte vorzuschlagen. Und ich habe ja auch im Projekt gemerkt, dass es schwierig ist, wirklich eine tiefgreifende Reflexion über Vorstellungen von dem, was ein gutes Leben ist, auszulösen. Also man übernimmt sehr schnell Dinge und integriert sie aber wirklich zu Fragen, was denn für mich selbst Bedeutung hat, ist ja gar nicht so einfach. Und entsprechend beschäftigt mich eben die Frage, welche methodische Zugänge, wie muss ich das Ganze angehen, um hier eine tiefgreifende Reflexion anzudocken und den Schülern auch Handlungserfahrungen, also Handlungsräume, Partizipationsräume zu eröffnen, in denen sie selber für sich ausprobieren können, was wären denn Bausteine für ein gutes, nachhaltiges Leben für mich selbst. Und das versuche ich jetzt in einem ersten Projekt anzugehen, wo es darum geht, mit Hilfe von Insight Thinking als Denk- und Arbeitsweise zu überlegen, wie können denn Schüler ins Handeln kommen und was können sie dabei auch beobachten, wenn sie Prototypen erstellen, wenn sie Dinge austesten und erforschen, wie das in ihrer Umgebung wirkt. Das ist schon mein erster Ansatzpunkt. Welche Schwierigkeiten siehst du dabei, dass Schüler wirklich ins Handeln kommen, weil sie ja doch häufig von Eltern sozialem Umkreis abhängig hin beeinflusst sind? Siehst du da Probleme, Schwierigkeiten? Worauf bist du dabei gestoßen? Ja, sehr schwierig. Ich glaube, deswegen erreicht man es ja auch kaum. Und deswegen merkt man, glaube ich, auch bei uns selber, wie schwierig das ist. Auch wenn wir uns lange damit auseinandersetzen, wir vielleicht denken, okay, wir haben ein gutes Wissen in diesem Bereich, wir sind nachhaltigkeitsbewusst, aber trotzdem merkt man, wie schwierig das ist, dann wirklich so Barrieren zu überwinden und zu sagen, ich ändere jetzt wirklich was und verankere das in meinem Handlungsmuster. Und entsprechend ist das natürlich auch bei Schülern, vor allem dann, wenn ja diese Konzepte oft im Schulkontext verortet sind, wo sie ja andere Handlungsweisen gewohnt sind, nicht projektorientierten Unterricht, sondern Wissensreproduktionsorientierung, die ja nicht im Prinzip dazu beiträgt, dass sie jetzt Handlungskompetenzen erwerben, anwendbares Wissen. Entsprechend, wenn man sich ja anschaut, wird Dinge wie zum Beispiel Selbstwirksamkeitsgefühl das Schüler dann gewinnen können, wenn sie erfahren, dass sie Teil dieses Gestaltungsprozesses für eine nachhaltige Transformation sind und dass die Lösungen dafür nicht vorliegen, sondern wir die eigentlich nur gemeinsam mit ihnen durch ausprobieren, durch mal Erfolg haben, durch auch einmal scheitern, durch einmal merken, na, das ist nichts für mich oder das ist kein Ansatzpunkt für mich, einen Schritt weiter kommen, um das auszuprobieren. Also die Konzepte oder die konkreten Ideen und Antworten habe ich darauf noch nicht. Ich glaube, da ist ja die Wissenschaft dabei, das ganz intensiv zu beforschen, weil das ganz ein wichtiger Aspekt ist. Herzlichen Dank für das Gespräch.